Äh, die Lava uns schnappen. Ja, dann wollen erstmal noch alles brechen auf dem Weg dahin. Oh, ne Hexe. Die macht richtig Aua. Wunderbar, das war jetzt nicht so der Planung. Oh, ich will die Alte eigentlich natzen. Alte muss weg, Junge. Ach du Scheiße. Oh, Junge, verpeif dich. Ich glaub, die macht die Vergiftung. Die bin ich im Arsch. Ach, Kuiper, jawohl. Alle ran, Jungs, alle ran. Dann lassen wir die Hexe doch. Ich hab mich sonst gerne reingeschlichen und die einfach mal kurz mit der Lava angezündet. Aber muss jetzt nicht sein, das bin ich ja One-Shot. Ich muss jetzt mein Zeug verlieren, das muss jetzt nicht sein. Du musst erstmal den Weg wieder rausfinden, ne? Also das wird ja spaßig. Ach, hier waren die Diamanten. Meine ersten? Ne, da hatte ich... Ah, die sind widerlich und fällt mir die ganzen Skeletten. Gut, kann jetzt etwas langweilig werden. Oder sind wir hier schon draußen? Es wirkt so, aber ich glaub, das ist nicht so. Ah, doch. Hier geht's raus. Ich bräuchte vielleicht auch mal steinig. Ich hält. Geh mir jetzt nicht um und sag. Ich hasse dich. Okay, es bringt uns nicht so viel. Oh. Sorry. Okay. so wir sind an der oberfläche das ist ein Spawner einfach so alles klar interessant warum nicht das können wir auch mitnehmen die anderen lassen wir hier ja mein gott das ist unser Dorf wir sind noch nicht so weit weg geh mal weg, Alter minus 609 72, 33 unter dem Berg sind wir glaube ich jetzt die ganze Zeit gewesen Endermans hier ist ja alles los Kollegen, ich hab zu tun da sind überhaupt so viele Monster hier mein gott ist ja viel zu viel was war das denn das ist ja gerade explodiert also ein Creeper habe ich jetzt eigentlich nicht ausgelöst jetzt ja gehört das ist zwischen da hat einfach mal Bock Tag, die Erschaften oh Gott das kann was werden so ich werde wieder denke ich mal ein oder zwei Stunden am Stück aufnehmen und das dann einfach wieder lassen hochladen ich weiß noch nicht ob ich die wirklich so lasse weil ich hab die bis jetzt ungeschnitten hochgeladen in ach Junge äh in viertel stunden abschnitten oh Gott aber das war manchmal denke ich mal nicht so spannend ich bin nur überlegen wo ich lass mich mal kurz sehen du bist ein Assi denn Tech-Iptime hier ist ja allerfeinsten alles klar alles klar ich verreckele gerade respektabel wie dumm ey ich hasse diese Mist ich hab dann doch bei gra was ist denn das für eine Hitbox nee alter Kollege hab ich kein Bock mein Gott richtig nubig hier von mir so chillt mal alle eure Base hab ich euch nischt getan ey deine Scheiße so ich soll die mal verbrennen da richtig so so ich möchte eigentlich gerne jetzt da hoch ich will langsam anfangen mal was zu bauen ne hier nicht nur die ganze Zeit abbauen ich möchte auch also R bauen am besten um dabei zu verrecken ich hab nämlich nix wo ich das aufsammeln also hinpacken kann Bogen wär auch nicht schlecht ne Armbrust wär sogar noch besser ich glaub ne Armbrust kannst du nur finden in diesem komischen Turm da hinten der in der Richtung war so hab ich das in Erinnerung da hinten sieht man aber schlecht wegen dem Nebel gerade ist hinten auch ein Dorf ist auch ein Dorf oder ist das das erste Dorf das ist ein Standarddorf wo ich das also unser Sponpunkt ist das glaub ich ich weiß jetzt noch nicht so wo ich mich denn untersiedeln lassen möchte da ist ein Turm und da hinten ist auch ein Turm ja guck dich alter alter heilige also gut ich glaube ich hab einen Punkt gefunden ich hab da hinten da seh ich mich schreiße ich hab das echt ganz schön geändert wie die Microsoft aufgebaut haben das sieht schon geil aus muss man den lassen und das ist ja ohne Mods mit Mods ist ja noch übertrieben Aua dann swimmen wir mal dahin ich also ich hab's nur so in Erinnerung doppelt klick nach vorne sprint ist aber ich weiß nicht warum das in der Oberfläche immer so langsam ist ich kann man das ja weh an die Kommentare sagen bin dafür zu lost zumindest in Erinnerung dass das anders funktioniert hat mit dem schnell schwimmen oder brauchst du da irgendwas bestimmtes bin ich da zu doof hab ich da nicht das gewisse Know-how oder keine Ahnung ich kann dir dir sagen doch war doch aber dachte er ist halt irgendwas nicht geladen aber so hey es war so hell oh sehr ganz schön hoch selber ich weiß nicht was die maximale baumhöhe jetzt ist überhaupt auf jeden Fall nicht wenig geht das wieder scheiße aus dass da Wasser runter fließt muss ich da nochmal manuell bearbeiten genau wie die Stalagniten die da einfach unten sind ganz realistisch natürlich ich hab ich vor allem noch ein Boot immer am schnellsten ein Boot zu haben hier brennt wieder der Boden alles klar so dass es nebeneinander rausfließt der gute alte Bergsteiger Simulator so ja um nochmal auf Kommentare einzugehen ähm ich nehme das ja wie gesagt erstmal wieder voraus aus voraus auf mein Gott ähm um die zwei Stunden das sollten das sollten auch wieder sechs oder sieben folgen werden um den Dreh äh schicker Wald und da wurde auch schon mal gefragt hier ob man da nicht sogar mitmachen kann an sich ähm habe ich nichts gegen da ist wieder so die Frage wegen Griefen wenn ich einfach mal jeden so ähm also auf den Server drauf lassen und ich will auch erstmal keinen Server machen ich will das ja so lassen dass man nur beitreten kann wenn ich halt zocke warum jetzt mal Akte an der Oberfläche sind äh hm ja da braucht kein Mensch gibt's genug das ist ein Problem das ist alles hier ähm Pulverschnee hältst du durch das hatte ich schon mal das Problem das ist nicht geil so kurz Beine brechen das Wasser das Wasser das Wasser sieht hier ganz cool aus hier macht das schon ne die Hasen bringen sich hier gegenseitig um ne die bringen sich selber um so ja doch ich glaube hier brauche ich mir was auf schön hoch da ist auch ein Berg da könnte man vielleicht noch drauf bauen das sieht wieder so aus wie komplett Schnee das wird glaube ich nichts mehr aber hier so Bis zum nächsten Mal.